Seht euch diesen Ausblick an! Ist das ein riesiger Krater? Wow! Ich habe es so schön! Die Klippe bewachen, Einheimische erledigen und die Gegend genießen. An mir kommt niemand vorbei. Jedenfalls nicht ohne ein Einschussloch. Ob ich für meine überragende Arbeit wohl befördert werde? Dann lasse ich andere Droiden die Klippe bewachen. Oh, aber dann kann ich die Gegend nicht mehr genießen. Hm, das ist schon ein Dilemma. Dilemma gelöst.